Erinnerst du dich an die Zeit, als du zum Vorspulen noch den Fast-Forward-Button drücken musstest? Als dein Ohr zwischen einem Haar und einem Staubkorn in der Plattenrille unterscheiden konnte? Wie du vor dem Radio gehockt hast, um im perfekten Moment Record und Play-Taste zu drücken? Als du anstatt Blumen zu kaufen für ein Date, stundenlang am perfekten Mixtape gesessen hast und 33 und 45 nicht einfach nur irgendwelche Zahlen waren. Und dann war plötzlich alles vorbei. Es ist viel Zeit vergangen. Du bist älter geworden. Doch deine Leidenschaft lebt. Du hast sie nicht vergessen. Entdecke sie wieder. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!